So, hallöchen und hallo zurück. Da ist unser fertiger Marktplatz. Wie versprochen, ja, soweit fertig, sagen wir es so. Ja, ein paar Sachen habe ich geändert. Also hier diese Karawane, dieses Karawanending, das habe ich hier um die Ecke gepackt, anstatt hier vorne vorgelassen, weil, ja, das funktioniert echt gut. Die stehen hier wirklich alle rum und dann stehen die hier alle irgendwie so drauf und drin und so und das war irgendwie Banane, deswegen ist das jetzt hier um die Ecke. Finde ich ganz nett. Bus habe ich hingestellt. Ja, Shamu. Den Bus habe ich jetzt noch nicht ausgestattet. Da habe ich noch nichts reingemacht. Da könnten wir halt was wirklich noch reinbauen. Das Tisch steht da, damit man hier einfach rein und raus gehen kann, sonst würde man halt hier so in der Ritze hängen bleiben. Ich habe noch nie jemanden verloren. Dieses Versagen ist mir neu. Was wirst du denn hier? Ist ja komisch. Äh, ja, ähm, genau. Hier drin haben wir auch schon ein paar Siedler. Ähm, es fehlen noch zwei, also hier bei den Rapons draußen, bei den Chains. Ja, wir haben einfach nicht genug. Müssten wir mal schauen, dass wir halt auch ein paar Siedler uns wieder anlachen. Ähm, selbst die Ablose abgeschlossen. Ich freue mich, melden zu dürfen, dass ich in nächster Zeit nicht auseinanderfallen werde. Das ist gut, Ada. Sehr gut. Nein, Ada. Alles cool. Ähm, ja. Finde ich doch eigentlich ganz schön bisher. Äh, das Einzige, was halt jetzt noch fehlt, ist halt hier ein bisschen Licht. Das leuchtet alles noch nicht. Uns fehlt Kupfer, uns fehlen Schrauben, uns fehlen ganz viele Sachen. Und da würde ich dann auch direkt mal dazu kommen, was wir dann, ähm, gleich machen. Äh, dass wir halt ein bisschen auf Schrottjagd gehen. Also einfach mal wieder raus. Einfach mal wieder spontan einfach mal rumlaufen. Ada, das nervt mich. Ähm, ja, einfach rausgehen und ein bisschen nach Schrott suchen. Aber bevor wir das machen, haben wir hier... Oh, was macht denn die Brahmin-Kuh da? Geh da mal wieder rein. Hallo? Was versucht sie, glaube ich, gerade? Okay, gut. Dass wir Zäune haben. Egal, sie gehen ja auf jeden Fall immer zu dem... zu dem Futter, zu der Futterstelle. Ähm, ja. Wir haben eine Katze und einen Hund anscheinend. Und, äh, ich bin total gespannt, was da jetzt drin ist. Äh, weil bei dem Hund, das können jetzt, glaube ich, auch... Ein weiterer Tag im Commonwealth. Halt die Augen offen. Du musst immer wachsam bleiben. Jaja. Äh, bei den Hunden können, glaube ich, auch Mutantenhunde drin sein oder sowas. Und das ist halt das Doofe. Also nicht Mutantenhunde, sondern... Ja, ihr wisst schon. Ähm, Red Dogs. Red Hunde. Und, also, radioaktiv verseuchte. Und, ja, wir gucken doch mal rein, was wir jetzt gefangen haben. Ähm, ich bin gespannt. Ja. Wie befürchtet, Bilder-Mischling. Jo. Das ging schnell. Okay. Fleisch vom Mischling-Sund. Ja, Fleisch vom Mischling ist zureck. Äh, aber eine Katze haben wir. Hallo. Unsere erste Katze in Sanctuary. Wie nennen wir dich denn? Miezi. Total spontaner, toller Name. Ist mir voll krass eingefallen grad. So. Ja. Äh, das ist Miezi. Das ist unsere erste Katze. Ähm, ja. Das ist halt irgendwie blöd. Ich hätte halt gerne so einen, ähm, normalen tollen Hund. Aber ich möchte jetzt hier auch nichts aufstellen, um diese Hunde hier irgendwie zahm zu machen. Ähm, es gibt halt auch ganz normale, ja, Junkyard-Schrottplatz-Hunde, ähm, die lieb sind. Und ich werde das so lange machen, bis ich so einen hab. Und in der Zeit fangen wir einfach noch ein paar Katzen, weil einfach mal hier tausend Katzen zu haben, wäre doch auch voll nice. So. Ich weiß jetzt gar nicht, dass jetzt einfach wieder einschalten reicht, glaub ich, nicht, ne? Da ist ja jetzt kein Futter mehr drin. Letztes Mal hab ich ja gesagt, was macht die Barminko denn da? Ja, bleib schön da. Äh, letztes Mal hab ich ja gesagt, dass wir das, glaub ich, einfach nur wieder einschalten müssen. Aber ich glaub, wir müssen da Futter reintun, da ist nämlich jetzt ja nichts mehr drin. Jetzt weiß ich nur nicht, wie das funktioniert. Warte mal vielleicht im Werkstattmodus. Reparieren. Ah, Chance bei Versorgung mit Energie einen Hund zu fangen, zum Freilassen der Kreaturenergie zu unterbrechen. Jaja. Okay, reparieren. Wir müssen es in Anführungsstrichen reparieren. Alles klar, dann machen wir das. Kupfer 0. Ach, scheiße. Ich kann's nicht machen, ich kann's nicht reparieren, weil ich keinen Kupfer mehr hab. Was ist denn hier mit dem Brahmin-Ding? Nee, ach. Dass ich immer gleich mit Dreieck das mache, ist irgendwie doof. Dann gehen wir halt hier über die Treppe rein. Kann ich das reparieren? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, okay. Gut, damit wissen wir schon, was wir machen. Wir müssen Materialien... Ich wollte hier durch die Tür gehen. Wir müssen Materialien sammeln. Und das werden wir aus Schrott gewinnen. Und deswegen brechen wir jetzt einfach mal auf. Und gehen einfach zum nächstliegenden Ort, würde ich meinen. Oder? Äh, jetzt überlege ich gerade noch. Ich habe ja noch diese... Was habe ich denn noch? Ich habe so ein paar schwere Waffen noch dabei, ne? Atomsurteil zum Beispiel. Die mit... Ja, automatisch speichern ist okay. Äh, die nutze ich ja jetzt eh nicht. Die lasse ich auch eben noch hier. Die Hammer. Die Hammer lasse ich eh noch hier. So. Wo ist er denn? Da. So. Den Rest behalten wir. Ach, nee, warte mal. Was ist das hier noch? Nee, äh, nee. Äh, so. Brauchen wir die? Brauchen wir das? Hm. Ist die schwer? Gewicht 9. Komm, ich nehme die mal mit. Ich habe die... Ich habe mit der noch gar nicht, ähm, geschossen. Apropos schießen. Äh, wir haben noch gar keine Favoriten zugewiesen. Ja, ist alles noch ein bisschen anstrengend, bevor wir jetzt einfach losgehen. Äh, Favoriten. R1. Die Cerealienpistole. Ich würde sagen, wir machen die Pistolen wieder hier so hin. Und die werfen wieder dahin. Die verlässliche. Moment, das ist doch die gleiche wie die... Also, es ist doch auch eine 45er bis... Feuert ein zusätzliches Schoss ab. Fügt zunehmend Schaden mit steigender Anzahl der Entzüge durch. Ach, die Junkie, das Junkie-Ding. Ach, das wollte ich dir geben. Hier. Gut, dass du hier bist, Mama Murphy. Ohne Camps bringt das dritte Auge nichts. Hast du das Jet? Ähm, äh, später. Bin auch immer auf der Suche. Gut, ich warte weiter. Jaja, ich wollte dir was geben. Hast du das Jet, über das wir gesprochen haben, Kind? Kann ich dir nicht, ähm... Keine Waffe geben? Egal, ich gehe einfach. Ich beantworte die Frage gar nicht. Ich dachte, ich kann sie auch mit Waffe ausstatten. Gut, dann halt nicht. Weil die hätte... Bei der hätte ja hier die Junkie-Pistole ja echt gut funktioniert wahrscheinlich. So, dann tun wir die noch hier rein. Und jetzt machen wir nochmal eben weiter mit Favoriten. Und dann gehen wir los. So. So. Äh. 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 So. Äh. So. Ähm. Ähm. So. Äh. So. Äh. 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 Ich wollte doch... Ach doch. Nee. Die dahin. Und die... Hä? Jetzt habe ich sie rausgenommen. Ach, verdammt. So. So. Ähm. Dezemberkind haben wir auch jetzt nirgendwo. Ach, keine Ahnung. Das reicht mir, glaube ich, so. Wir haben nichts zum Werfen. Egal, oder? Egal. Das lassen wir jetzt so. Das ist wurscht. So. Nice. Alles klar. Gut. Dann reisen wir doch mal zum nächsten Ort. Was haben wir denn hier? Ranger-Hütte. Ja. Gehen wir doch einfach mal hier hin und gehen dann hier mal so weiter ins Ödland wieder. Weil wir waren doch... Wir sind lange nicht mehr einfach rumgelaufen. Wir könnten das mal wieder machen im Commonwealth. Ah. Schön. Direkt mal... Hallo? Waffe ausrüsten. Hier waren wir anscheinend ja schon, ne? Oh. Tiere. Ihh. Und direkt so ätzender. Äh. Boah. Ich hasse die, ne? Hilf doch bitte einfach. Men, gute. Oh. Ich finde die anstrengend, die Viecher. Alter, das wollte ich gar nicht. Wollte eigentlich... Ja, gut. Okay. Von mir aus auch so. Hier wird geschossen. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Rust Devil. Sollen wir uns da einfach mal einmischen? Ja, ne? Hallo? Oh. Ähm. Ähm. Scheiße. Okay. Cool. Alter, warum... Achso, weil ich nicht noch ein Favoriten bin. Ich wollte gerade sagen, warum aktiviert sich mein What's nicht? Ist gar nicht so schlecht. Nice. So. Wer denn? Alter, wo bist du? Ach, da. Einfach aus der Hüfte raus, Leute. So sieht's aus. Alter. Okay. Nice. Ich weiß zwar nicht, was hier los war, aber... Von mir aus. Looten wir halt hier so ein paar Leute. Oh, Blumies. Wo ist der letzte? Du? Da? Ne, das ist ein Stein. Ähm. Ne, wir... Dir tun wir nichts. Alles cool. Wo ist denn der andere Typ? Ich hab doch noch einen abgeballert. Ich hab doch so einen Typ doch abgeballert. Der hatte auch irgendeinen Namen. Hier. Linkes Bein. Leder. Brauchen wir alles nicht. Okay, cool. Ähm. Was ist das denn? Waren wir hier schon? Das ist wahrscheinlich alles... Deswegen waren die jetzt auch so leicht. Das ist alles so... Ähm... Anfangs-Game... Zeug hier. Buff out. Wir waren hier auf jeden Fall noch nicht. Sonst hätte ich das schon gelootet. Wir tun dir nichts. Alles cool. Und das hier? Kenne ich das? Ich kann... Irgendwie... Kommt mir das unbekannt vor. Meine Haarwürste ist auch kaputt. Gib doch einfach zu, dass du Hoffmann nur schöne Augen machen willst. Papa, will ich nicht. Keine Sorge, Liebling. Wir müssen schon bald wieder dorthin. Konzentrier dich in der Zwischenzeit auf deine Arbeit und nicht auf die Jungs. Guten Tag. Oh. Elbenethy Farm. Krass. So nah im Sanctuary und wir kennen das noch nicht. Nice. Hallo, guten Tag. Kann ich mit ihm reden? War genug, Fremder. Wir sind eine friedliche Farm. Wir wollen keinen Ärger. Äh, okay. Auf der Durchreise. Das ist nicht wert. Ich bin keine Gefahr. Schon gut. Ich will euch nichts Böses. Ich will auch keinen Ärger. Wenn du das sagst. Ich will nur Schrott. Wir sind bewaffnet. Also mach keinen Ärger. Ich sag dir, die Landwirtschaft ist nicht einfach. Den ganzen Tag auf dem Feld. Jeden Tag. Und ständig muss man auf der Hut sein. Okay. Was brauchst du an? Was pflanzt ihr denn hier an? Bisher hauptsächlich Tethos. Aber jetzt kommen Melonen dazu. Lake Elbenethy. Bist du neu im Commonwealth? Nein. Bin schon eine Weile da. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Was ist mit dir? Du siehst mein Gesicht gar nicht. Schon mal gedacht, das Land zu bestellen? Pff. Machen wir ja quasi. Eines Tages werde ich es sicher versuchen. Dann wünsche ich dir viel Glück dabei. Das ist auf jeden Fall. Du bist auf dem Markt in Diamond City und wir tauschen unsere Waren. Noch einen Rat. Wenn du eine Farm eröffnest, musst du dich mit den Raidern auseinandersetzen. Warum die viele harte Arbeit, wenn man sich alles mit vorgehaltener Waffe holen kann? Das ist auf jeden Fall so ein Anfangs-Game-Gespräch, oder? Sie sind überall. Du bist schwach. Die Raider sind ein Problem für alle. Als die Raider das letzte Mal kamen, hat meine Tochter Mary ihnen die Stirn geboten. Letzt liegt sie hinter dem Haus begraben. Sie war erst 21 und sie haben sie ohne zu zögern erschossen. Deshalb brauchen wir die Minutemen wieder. Und je früher, desto besser. Die Minutemen? Aha. Okay. Äh, okay. Danke. Wofür auch immer. Minutemen? Minutemen? Du kennst sie also. Du meinst Preston Garbys Leute? Weißt du, warum sie sich in letzter Zeit kaum blicken lassen? Äh, Sanctuary ist der halt. Er ist drüben in Sanctuary und versucht die Minutemen wieder aufzubauen. Was du nicht sagst. Ja. Das ist in der Nähe. Wenn er früher hier gewesen wäre, könnte Mary vielleicht noch leben. Ich kann dir nicht viel bieten. Aber diese Raider, die Mary getötet haben, haben auch ihr Medaillon mitgenommen. Es ist schon seit Generationen im Besitz von Connys Familie. Wenn du es zurückholen könntest, würdest du uns einen riesigen Gefallen tun. Okay, krass. Direkt hier ein Dings. Oh, guck mal da oben. Ach, das sind, äh. Das sind die, äh, die, die, das sind die Karawanen aus Sanctuary. Okay. Ähm, äh, ja. Pff, natürlich. Mal sehen, was ich tun kann. Gut. Conny glaubt, dass es ein Teil von Mary ist. Ich glaube, sie wird keine Ruhe finden, solange es verschwunden ist. Okay. Krass. Direkt mal hier wieder eine Nebenquest abgestaubt, ey. Dabei wollte ich doch noch Schrott sammeln. Hallo, Kitty. Ah, apropos. Wir müssten den Katzen auch mal noch Futter hinstellen, ne? Ich glaube, das ist wichtig. Na, aber es geht hier so. Kann ich irgendwas klauen? Ich brauche... Ne, ich darf hier nichts klauen. Ich brauche Zeug. Kupfer und Schrauben. Deswegen bin ich eigentlich unterwegs. Ich glaube, ich habe ein paar Tato-Pflanzen-Dinger. Nice. Ähm, ja, okay, machen wir. Dann machen wir das jetzt und holen nebenbei Schrott. Kein Problem. Äh, wo müssen wir denn hin? Datenaufgaben. Oh, das ist sogar ein richtiger, richtiger... So eine richtige, äh, Aufgabe hier. Holen Mary's Medaillon aus der USAF-Satellitenstation Olivia. Okay. Nice, da waren wir sogar schon. Äh, gehen wir zu Fuß? Ja, wir gehen zu Fuß. So weit ist das nicht. Also hier die Waffe, ne? Die ist schon nice, äh. Also muss ich sagen. Geht gut. Wop. Witzig. Wir holen das Spiel jetzt so... Wir rollen das so von hinten auf. Ich finde es auf jeden Fall schön, wieder hier zu sein. In Sanctuary... Äh, in Sanctuary, sag ich schon in... Oh, in Commonwealth. Ähm. Irgendwo da lang, ne? Ja. Am Red Rocket vorbei. Alles hier, diese ganzen... Wo wir hier am Anfang waren. Ach so, apropos, wo ich das jetzt gerade sehe. Wir müssen auch ein paar Versorgungsrouten mal aktualisieren. Ich denke, dann kriegen wir auch mehr Kram und Schrott und so. Ähm. Oh. Äh, okay. War ich da schon drin? Ich weiß nicht. Ich geh da mal rein. Mal sehen, was da drin ist. Wahrscheinlich hier... Mauerwurfratten. War ich hier schon? Ich war schon mal in sowas hier. Hallo, guten Tag! Oh! Ah! Boah, Dogmeat. Ich glaube, ich war hier schon drin. Das kommt mir voll bekannt vor. Voll radioaktiv hier. Scheiße. Alter, warum treffe ich euch nicht? Okay, Dogmeat. Nice. Gut gemacht. Äh. Äh. Ich weiß nicht. Irgendwofür braucht ich Mauerwurfsrattenfleisch? Nee. Wow! Du bist aber unschön. Dich will ich so abrallern. Okay. Der ist krass gestorben. Ach, guck mal hier. Ich war hier anscheinend doch noch nicht drin. Sehr krass. Cool. Ja, ist cool. Brauche ich nur alles noch. Was ist hier noch? Okay. Ja, nun. Witzig. Haben wir hier noch irgendwie Schrott, den ich gebrauchen kann? Ah, ich höre nicht nur am Stiel. Okay. Oh, oh! Okay, wir haben wieder was zum Werfen. Ich sag doch, wir finden unterwegs was. Äh, sonst ist hier aber irgendwie nichts, ne? Hirnpilze. Brauche ich alles nicht. Okay. Okay. Gut. Haben wir das auch gesehen. Gehen wir wieder aus. Und gehen wir weiter. Echt witzig, dass das, ähm... Ja. Dass wir das noch nicht gesehen haben. Aber es gibt so vieles. Ich glaube, es gibt's... Äh, selbst wenn ich irgendwann mal mit diesem Let's Play durch bin. Ähm. Die, an die kann ich mich noch erinnern. Selbst wenn ich damit irgendwann mal durch bin, gibt's wahrscheinlich immer noch tausend Sachen. Also, dieses Spiel ist ja so umfangreich. Ist ja Wahnsinn. Äh, also hier sind wir schon mal durchgelaufen. Das weiß ich noch. Ähm. Ob ich da oben schon war, weiß ich allerdings nicht. Ich geh da mal hoch. Wir nehmen alles mit. Ich brauch Schrott. Ich brauch alles. Okay. Nur wilde Mutterbären. Und noch mehr tote Bramins. Okay, hier waren wir anscheinend schon. Die ist ja gelootet gewesen. Die war ja schon leer gelootetet. So. Ja, ja. Also, wir haben auf jeden Fall... Oh. Dickicht-Ausgrabungsbunker. Okay. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Sonst hätten wir das ja schon... Äh... Auf der Karte gehabt, ne? Okay, dann gibt's hier auch nochmal Stress. Hm. Wo soll denn diese Station sein? Da oben. Wir gehen erst zu der Station. Und dann gucken wir da unten. Ich will mehr... Mehr diese Zusammenhänge zusammenlassen. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. So. Ach so. Ich hoffe, man hört's nicht... Nicht mehr so. Ich bin immer noch erkältet. Immer noch. Zieht sich und zieht sich. Ähm... Ich hoffe, es ist okay. Und ich klinge nicht so näselisch. So. Nasal. Ich spreche nicht so nasal, hoffentlich. So. Cool. Fliegeviecher. Scheiße. Ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. Ach, treff doch irgendwas. Das kann doch nicht wahr sein. Ach so. Guck mal, die machen da Selbststress. Nice. Könnt gerne gegeneinander... Kämpfen. Das ist okay. Hä, aber ich war hier auch schon mal. Oder ja, gut, okay. Die sehen auch alle ähnlich aus, ne? Irgendwas geht hier gleich hoch. Irgendwas geht hier gleich... Oh, das ist ein Maulwurfrat. Der hat mit einem... Dings dran. What the fuck? Nein! Hau ab! Nein! Hau ab, ey! Wo ist das Ding? Wow! Okay. Also, mir reicht's jetzt. Meine Güte, ey. So, wer ballert denn hier? Ach so, ihr... Ah! Wow, wow, wow! So. Da ist noch ein Vieh. Komm! Nice, wie leicht die Gegner hier sind. Nice! So. Hm? Was war das denn? Ach, da landen wieder welche. Das ist doch öfter passiert, oder? Von wo denn? Ach ja, warte, ich komm ja. Aber krass, wie wenig... Wie wenig die mir abziehen. Gut, das liegt einfach daran wahrscheinlich, weil die hier noch sehr einfach sind. Aber... Wer landet denn da? Das ist die Bruderschaft, ne? Landen die, oder was machen die da? Fliegen die nur rum? Alter, ich will mir den Hubschrauber angucken. Verdammt! Komm her, wo bist du? Nee, ich hätte gerne Spaß, aber... Wo bist du denn? So, dann mache ich mir nicht die Mühe. Ja. Stirb! Das schießt doch, das Ding. Ballert irgendwas ab? Okay. Machen die das jetzt hier die ganze Zeit, oder? Hm. Okay, äh, Medaillon. Oh, eine Futter in der Dose. Nice. Oh, okay. Ich geh mal looten. Äh. Tut mir leid, irgendwie. Nicht, glaub ich. Ah, krass. Ist der da runtergekommen. Hätte mir den helfen müssen, oder sowas? Kann ich nichts looten? Schade. Dann halt nicht. Na gut, dann geh ich wieder hoch. So, das Medaillon finden. Das war's ja irgendwie, ne? Anscheinend an Raiders. Ach, hier geht's rein. Ah, ich muss hier irgendwo rein. Okay. Hier muss ich rein. Na, dann geh ich da rein. Oh, lustig. Oh, Glasfaser-Optik hinzugefügt. Stahl hinzugefügt? Oh, nice. Oh, was zum Lesen. Toll. Ach, nee. Okay. Ähm. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht? Äh, lalalala. Habe ich schon irgendwo was übersehen? Der war aber auch einfach, glaube ich, ne? Mal abgesehen davon. Da. Oh, Versuche zurückgesetzt. Mir hat immer noch keiner geschrieben, was jetzt Versuche zurückgesetzt heißt und was das andere heißt. Habe aber auch immer noch nicht nachgeguckt. Wenn's da überhaupt so Unterschiede gibt. Ich find grad nichts mehr. Hatten wir den schon? Kann man den nicht doppelt machen? Ach, den hatte ich schon. So, genau. Der war... Den kann ich doppelt machen. So, keine Ahnung. Bitten. Er schafft. Ah, okay. Cool. Check-in-Protokoll. Okay. Sargent Hicks, Cooper, Ritchie, Johnson. Okay. Tägliche Besprechung. Das SSO wird die Ausrüstung in den nächsten Monaten verbessern. Wartungen werden jedoch weiterhin stattfinden. Die Arbeit ist nach normalen Zeitplanen vorzuführen. Zweitens. Im unteren Lagerraum ist eine Desinfektions... Desinfektion aufgrund von Schädlichen, insbesondere Kakerlaken notwendig. Diese wird ab dem 25. Oktober 1977 um 9 Uhr durchgeführt. Das gesamte Personal hat die Stockwerke unterhalb der Station für die Dauer der Maßnahme zu verlassen. Drittens. Aufgrund der großen Menge an... Abgef... An... Bop... Bop... Vor das Kriegsgericht gestellt! Pff... Ist offen jetzt, oder was? Ich hoffe. Ja, öffnen. Stand da. Nice. Also, bitte. Als ob. Haben wir hier ein bisschen Müll? Irgendwas, was ich gebrauchen kann? Kupfer? Was ist das da? Lötlampe. Da läuft jemand. Oh, hi! Ich hab zweimal geschossen. Hätte ich gar nicht mal am Baum. Ja, ich bin hier. Nice, guck mal, eine Mini-Atombombe. Was gibt's hier sonst noch? Antigua Globus? Was ist das da? Spüllappen. Abgenutztes Klemmbrett. Oh, ein Safe! Nice, machen wir da mal auf. Ist bestimmt einfach. Ach, schade. So? Ah, fast. Fühlt sich gut an, wieder hier zu sein. Ach, come on jetzt, bitte. Komm, der war doch schon fast offen. Ah! Ach, komm! Geht doch. Das wär's. Oh, Kriegsgeld. So. Oh, 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 oh. Äh. L회. Mhm. U-Bahn-Marke? Okay, okay, okay. Okay, okay. 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 So, wo seid ihr denn? Ach, ihr seid alle einen unter mir. Ich bin das, ich komm gleich und schieß euch ab. Moment. Spinnt, spinnt. Hä? Oh, ein Hundi. So einen meint ich. Oh, ey, zieht euch das. Das war aber krass. Hundehalsband. Ähm, so welche wollte ich eigentlich in Sanctuary haben. Muss nur einmal schießen. Oh, Akkak. Den ticke ich zuerst. Den Akkak. So, wo ist der Rest? Ach, oben. Oh, da hinten läuft auch einer rum. Moment. Hallo. Ah, das Springmesser wollte ich gar nicht. Okay, ich muss erst die da oben killen. Die geht mir auf den Sack. Als nächstes nehm ich mir deinen kleinen Köter vor. Alter, was? What? Ah, ah. Komm her, Junge. Oh, ich... Warum schieße ich immer doppelt? Das ist überhaupt nicht notwendig. Na, komm. Ich will da runterspringen, verdammt. Ja, Musik beruhigt dich. Das war jetzt wohl nicht... War ja jetzt wohl nichts, ne? Wir sind ja wohl entspannt jetzt hier. So, was habt ihr alle so? Brauche ich nett. Was hast du so? Minigun brauche ich nett. Brauche ich nett. Okay, cool. So. Akkak. Tut mir leid, aber... So ist das. Oh! Da wollte ich eine Clutchbox. Was ist da drin? Öffnen. Was war da drin? Tafelmesser? Echt jetzt? Na, das Radio an, damit hier die Stimmung ein bisschen... Oh. Das haben wir, glaube ich... Da waren wir bei, ne? Das haben wir mitgekriegt. Haben wir hier noch irgendwo Schrott? Ofenhandschuh brauche ich nicht. Malpinsel. Oh, die Kaffeetasse. Okay. Die ist leer, die Flasche. Okay, da ist anscheinend das Medaillon drin. Der Ventilator? Ja, der... Der ist gut. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ich glaube, Schrauben habe ich auch markiert. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. So, gut. Äh, da ist es. Das ist ein Medaillon. Cool. Buff out. Keine Ahnung. So, hier geht's wieder raus, oder was? Nee, ist einfach nur eine Tür. Ja. Wow. Ach, komm. Wow. Äh, Entschuldigung. Damit habe ich nicht gerechnet jetzt. Hab ich ganz vergessen, dass sowas ja geht hier in Fallout. Sowas cool ist. Cool. Benzinkern ist das immer guter, weil das ist immer... In diesen Öldingern ist immer... Wow. Alles gut. Alles gut. Chill deine Base. Ähm. Da ist dann immer noch Öl drin. Ist da? Nicht verrostete Blechdose. Aha. Also in den Globussen, oder Globi. Äh, da ist auf jeden Fall viel Zeug drin, was wir brauchen. Schrauben und sowas bestimmt. So, das war's, oder wat? Äh, ist ein extra Raum. Hier muss doch irgendwas sein. Außer die coole Öllampe, die hier ausgelaufen ist. Spiel, du enttäuscht mich. Oh, ja, ja. Ist ja gut. Vor allem hier. Das sieht hier so aus, als wäre es wichtig. Nachrichtenraumschlüssel. Ah, okay. Was ist das? Zigarettenkiste. Okay. Hm. Nachrichtenraumschlüssel. Oh, da. Endlich was. Ah. Verdammt. Ach. Weiter. Ja, okay. Äh, Nachrichtenraumschlüssel. Waren wir jetzt schon im Nachrichtenraum? Ich hab jetzt gar nicht so richtig aufgepasst, wo wir langgegangen sind und wo nicht. Wer schafft. Becher Glas. Okay. Ne. So, gut. Dann gehen wir mal zurück und gucken mal, wo der Nachrichtenraum ist. Hier waren wir ja, ne? Oder? Quasi, ja. Alles klar. Äh, maybe oben. Irgendein Schrott. Oh, ein Relics. Aluminiumdose. Sehr gut. Schnapsflasche. Aber warum alles nicht? Alles klar. Okay, da wären wir einmal rumgelaufen. Das ist nur das Klo. Interessant. Oh, der Pümpel? Echt? Hä? Was hat der denn? Gummi, aber... Brauchen wir auch das? Hab ich Gummi markiert? Warum? Warum hab ich Gummi markiert? Was war das? Ach, Toilette schließen. Okay. Aha. Alles uninteressant. Ähm. Das war's? Oh, die sind ja voll. Hey, ich war doch hier eben drin, oder nicht? Hab ich voll übersehen, oder wat? Na gut. Ist das hier der Nachrichtenraum? Ich weiß es nicht. Ist irgendwie, ähm... Ja gut, ich hab das ja so aufgemacht, ne? Uninteressant. Äh, okay. Haben wir alles. Gehen wir wieder raus. Und beenden... Einfach mal so eine Mission. Nett. Ja gut. Auch mal so. Mhm. Vielen Dank.